jo du machst das herzlich willkommen bei der nächsten aufnahme bei tux kraft oder wie das jetzt genannt wird das jetzt wasser wird tux war scheiß das er wurde jetzt in den land mit heiser mazer und mit mir folgte erbente akking folgte rui erholen um das steht das steht wieder in und in oder wo vor er wurde du hübschen schicken ich gucke von hinzu meine aufnahme auch der körper war in den hübschel bettet das wurde und hier ist er liebt bei ihm vor Ort Fuladzen mit den Klinik zum Geschlecht meine Frau ist nicht doch mal geholfen und noch so selbst so vernehmen er hat die Masse die 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 oder wie gut nicht mehr er hat er was umgebringen über die Stimme in diesen Pro seitdem so können und nicht durch die Oden halten Eisen ist das, was ich überhaupt nicht brauche. Wer will's? T-E-S-N ist besser. T-E-S-N? Ich hab grad gesagt, T-E-S-N ist besser. So, 40 Blöcke hier und dann ab dafür. Ach so, das Eisen. Ich hab auch Eisen mit an der Natur gepackt, das eine. Die King, was? Hallo? Jolo? Ja, ich mach jetzt immer so ein bisschen. So ein kleines Wäckchen folgendes der mit 5 um und wo es für den Such Moritz werden ich hab schon Glück und ich hab nicht so jetzt jetzt 4 4 jetzt hier los warte, wir müssen erstmal hier aufnehmen auch da drüben was ist ja drin, ist jetzt auch online ja du bist der Falke König Bond ist der Bananenkönig und ich bin der Melonen König ich steh auf Melonen was ja was sagst du, ich komm mal bei dir mit der Falke, du musst auch laufen ich muss ja auch nicht ich bin 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 er ist in der Nähe von STG also unter zwei und zwei das wurde unter den F-Tasten und dort müssen kleiner und das untergefallen ist ja ein Lob oh 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 hab ich bist drin der gibt uns Stick du guckst, du guckst ja, weiß ich da ich bin nett ich bin nett ich bin nett wird nett nicht mit Doppel-T geschrieben wie ich das ganze Stick aufsommel heißt, er wird nett nicht mit Doppel-T geschrieben ich bin nett 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 komm wir folgen gehen wieso macht der jetzt was anderes keine Ahnung was Geronimo oh, der Zerber ist 25% huuuu oh la 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 ich bin nett 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 du hast es schwer nö es ist was man schon wird wer geht vor ne noch nicht noch nicht wer denkt ich bin schwer macht keine Faxen mit deiner Haxen ich bin ich bin Gott freundlich was für deutsches Zitron Deutsch was türkisches Deutsch oh yes das ist Tüten Deutsch Dünner Deutsch so Schwertschuh Recken wiederholen und Steinschwert das reicht aus äh das hat mir nämlich auch gehilft gehilft? ja mit 3,80m? ich bin ja richtig ist das schon rot da bist du schon wieder zurück? ne ich komm bin grad auf den Rückweg türkisch folge das wird mit Y-Zin typisch oder er meint türkisch Falker aber aber da wollen wir nicht wie sie loben oh yes oh yes oh die hat Bogen die haben schon Bogen jo alter der Pistole schon abgeschossen hallo hallo wer will ein Gold soll ich jetzt mal YOLO machen? wisst ich nicht aber der hat schon einen Bogen du musstest den mal zuerst halten mit dem Bogen mit dem Bogen? ja was ich muss gehen ey hier willst du einen Pfeil bitte oh einen Pfeil ich greife ein mit Pfeilen man aber nur mit Pfeilen das ist wie ein Sperr ihr hört euch geh jetzt außen rum das kann ich gar nicht aber ich hab fast ich hab aber fast kein Herz äh äh genau ich kann heute nicht mehr rein nennen Steaks ok kann ich bei denen ich mich nicht mehr rennen wenn ich dann im Ort zu fülle Pülle Volk, Tier, fragt Zeichen oh Gott da kommt einer in den Klatschkonten wenn er kommt so oh da kam hier noch du hinter mir du hinter mir er unterstützt mich ich habe mich gerade zu einer Linie an das gelten der hat nicht mehr für, der hat nur noch der hat nur noch ein Herz warte mal, ich hab ne Spitzhäcke ah gleich ich könnte sogar 4er machen so ja, weiche ein mit 3 geht es sehr viel besser ich hab keine Zeit man mir zu leid, jedoch war es mir ein Spaß du kannst jetzt nicht mal ne Eisenspitzhäcke jetzt kannst du mal ne Eisenspitzhäcke machen oder immer noch nicht aber mit Einstein wärs noch bisschen sicherer ist das ja ist doch mit Einstein ach das ist Einstein ach so, ja stimmt, ja voll verpeilt das kommt im Alter da du der Buschi spielt nicht mehr mit der Buschi ja, ja, gleich war es die Buschi oh, das sag ich hier einfach oh, sag's ja schreibst du dir überhaupt das war jetzt der I- nein mein Fall ja, hier kriegst du da liegt doch komm, gut, 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 gut okay, jetzt gehen wir aber wir sind jetzt noch so weit der andere musste aufgehen was ist das denn? und die mehr sehen das ja nicht man sieht vorne nur, dass man wieder joinen kann und wir können jetzt so lange bis zum Ende spielen es wird nicht abgebrochen jo, Alter, das dynamische Duo macht das oh, jetzt die zwei äh, warst du ein Schwert? nö ich dachte, du bist der Kämpfer und ich bin da ich hab nur ein Böhm ja, und du hast doch ein paar Pfeile ja das reicht doch hab das, was du hast du musst dich hier hinstellen so, wo ich gerade bin bist du schon am loben? ich bin schon hinter dir du musst dich schön im Schacht halten so, der ist das down, der Pfeiler so, da muss noch einer der Checker oh Gott, da kommt einer mit sehr guter Ausrüstung oh, scheiße hm warte mal ach nee, wir haben doch wieder neun wir haben neun teppen aber der, äh, was hat denn der sich hier heute ne Spitzhack aber ach, hm brauchen wir jetzt auch wieder ne Stunde wie letztens? ne, da haben wir fast zwei Stunden genau Maul, ich treff den nicht Maul Maul halten Maultaschenkommando Maultaschenkommando Stiernackenkommando Stiernackenkommando oh, jo ich bin nicht hier, das aber stehst ich bin nicht hier, das aber stehst ich bin nicht hier, das aber stehst hinter mir siehst du ein Riesenkreuz so richtig fetze? okay, ich komm zurück ich komm zurück ach so take the pick, ne take the dingsbombs das ist online gekommen jo take the dingsküchens kürzensküchens jetzt wurde der Oberseiten der Englischen Nussentiert Alf Jos, Alf Alf jetzt noch Alf die Sendung, nee, das ist noch zu jung ne, ich bin nicht zu jung der Tavik je kippt immer voll nie die Lacher, Alter ja von allen ey, trägt dich auf der Pegel soo, dann werden wir mal ach, hab dann noch schön hast du nicht bei den CCC eigentlich auch mitgemacht? wo? bei CCC-Turnier oder? nö was von Freitag bis Sonntag ging also, ne, heute nicht so nicht warum nicht, hm? hm? ja, das Spiel, nö ich bin nicht gerne ähm, Tuck das dritte eigentlich geworden war oder zweiter ja ja, aber hat ja leider was brauchen die denn da für scheiße? aber der trägt dich auch nicht rüber du bist gleich wieder da jo, ich hab mir jetzt ein Eisenschwurt geholt so machen wir jetzt der trägt dich irgendwie auch nicht rüber so ich zeig mir ein paar Pfeile oh, wo gibt's nen Mampfen, wie hieß du das? na, oh, wo man Spitzsacke kaufen kann ich bring dir mal auch ein bisschen Ausrüstung mit, wa? oh 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 halt mal wo ich schon wieder bin ist das auf die Stamm? ne, auf die Bäume ich bin ein Falke, das sind mit ihm auf die Bäume oh, achso, achso so, das ist meins, das ist meins da rand ihr noch rüber alles leid, den hole ich mir, alter der macht das, äh, der macht die Türe zu, aber der macht die Türe zu? hm, ich hab'n Röneu, du musst immer ein paar Steine mitbringen ja jo, ich bring'n paar Steine mit so, essen, 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 da, essen aber der ist halt n oh, fuck it mit nem Bogen hat er mich unruhige einschussfurcht, oder oder unruhige Fall nicht droht so, warte Falke guten Tag ja, das, das und das ist eins hinter dir ja, ja, hol ich gleich oh, jetzt hat es der aufgesammelt, der oh, jo, jo 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 aber wir brauchen ein paar Steine, hast du noch ein paar Steine? hab' ich in die Träume gepackt? nu hat der schon eingepackt das ist so ein jo jo, alter ja das ist wie ein Polo jo jo alles oder nachgerechnet ne, nicht Spaß du 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 jetzt so gut guck mal was er schreibt alle watch one one me alle sollen jetzt an N1 rein jo wo zwei Spieler nur mitmachen können alle rein da so, jetzt kommt somit somit rein komm schon wer denkt, dass er besser ist als ich hi hey zu Jus da hab ich nicht gedacht da haben wir die Brücke ey Jo, voll geil, wir kriegen keinen Brunsen mehr warum nicht? doch, jetzt kam's ach so, ich dachte du bist vor mir ha ha lol so ein paar steinchen weichen auch ins mann selber ich dachte du bist gerade schon vor mir aber dann brauchst du doch ein anderer ich hab nur dich schon mit einem kettenhemd gesehen und dachte du wärst das ja das hat der alle drauf gesungen so jetzt gibt es ein paar auf Schnauze schafft er das? jo schafft er oh das ist ja knapp Aino steht noch an Jan Spawn oder als der getötet wurde ist es eigentlich verboten auf den minimap zu gucken? ne ich hab auch minimap aber psscht hübsch weil mir sieht man das ja bloß nicht wo hallo hallo ablenken 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 ja das war ich nicht der kam schon neid oh man jetzt nicht kurzworten ja ging nicht ne weiß ich doch falsch ich weiß nicht doch aber der andere ist einfach nur drüber geblieben ja ich hab's unten was gelesen da dachte ich das und wurde der Böck geklugt hab ich aber nicht herumgerannt wenn ich das vielleicht nicht gemacht hätte das schaffen können das schaffen können ja ich mache mir auch gleich wieder mal dann war doch so cool es läuft der Bedrohung so gut guten Tag bitte bitte danke danke ja bitte bitte da drin liegt ein Captain oh so erstmal gedübelt so machen wir jetzt mal ein Eisenschwert bei uns ist es ein Neumond das meint jeder Klo so Falke oh das tut cool ja cool bist du schon mitten in Action Action äh nö 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 doch jetzt 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 oder soll ich kommen ja ich bin schon bedrohend bin ich doch nicht springen morgen aber ich spring jedes Mal und wenn du mich schlagen dann fliege ich ja hallo oh cool so dann machen wir jetzt mal ich spawne und krieg ein Eisensperr und Eisensperr auch ich kann nicht mal reden irgendwie ein Eisenschwert ich mach dir warte warte ich mach dir warte warte dann Spawne Camper wer was da liegt noch eine Lederhahn so geht es so geht es so geht es so geht es Falke du brauchst dann gleich dem oh da kommt ja einer den klatschig was du wolltest grad irgendwas an ja und denn alter immer mitten in die Frösse rein ja und ich muss jetzt erstmal regenerieren ich kann doch nicht mehr drauf noch nicht ja er wird den kommt hätte die von hinten ab komm ja warte spring lol schaffst du es weiß ich nicht du hast ich nicht kommen du du cool wirklich nicht hab die haben Angst vor mir hier ich bin der Fall kommen wir haben gewonnen wir haben gewonnen wir haben gewonnen Juhu 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 okay das war eine Tollerin wiedersehen ja tschüss